Wasserstoff-Aktien sind unglaublich gefragt momentan. Man hat als Anleger nur ein Problem, auch wenn man jetzt an die Technologie glaubt. Aber die Aktien aus dem Sektor, die sind inzwischen sehr hoch bewertet und die meisten Unternehmen aus dem Sektor, die sind hoch defizitär. Das macht aber nichts. Ich stelle Ihnen heute ein Unternehmen vor, das in der Wasserstoff-Technologie eine sehr große, bedeutende Rolle spielen kann, eines Tages und das aber keineswegs hoch bewertet ist. Und außerdem ist es schon hoch profitabel. Und dieses Unternehmen, dieses börsennotierte Unternehmen, das kommt, vielleicht können Sie sich schon denken, aus China. Willkommen bei Zukunftsmärkten. Wasserstoff-Technologie, Wasserstoff-Antriebe, Brennstoffzellen, das ist alles nichts Neues in dem Sinn. Aber trotzdem sind die Aktien aus dem Sektor gerade zur Zeit sehr heiß begehrt. Wir haben die Klimawandel-Debatte. Wir haben große Fragen im Raum stehen. Wie kommen wir von den fossilen Energien weg? Wie kommen wir vom Verbrennungsmotor weg? Und viele Anleger haben jetzt eben das Gefühl, dass Elektroantriebe und Stromspeicher und so weiter, dass das vielleicht doch nicht der Weisheit letzter Schluss ist und dass die Wasserstoff-Technologie vielleicht die bessere Lösung wäre sogar. In dem Zusammenhang erinnere ich Sie gleich nochmal an unseren Zukunftsmärkte-Report zu den China-Solar-Aktien. Der geht morgen raus. Da sollten Sie sich noch schnell eintragen, falls Sie es bis jetzt noch nicht gemacht haben. Wir wissen eins alle, also egal ob jetzt das Elektroauto kommt oder Wasserstoff-Antriebe oder was auch immer, das Ganze ist nur dann nachhaltig, wenn auch die alternativen Energien stark ausgebaut werden in Zukunft. Und beim Solarsektor, da steht China ganz klar an der Spitze. Und darum gibt es morgen eben auch dieses Update zu den chinesischen Solarwerten. Die Zukunftsmärkte-Reports sind gratis. Sie müssen sich dafür nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de Und der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und Solar-Aktien sind ja auch im Gegensatz zu Wasserstoff-Aktien moderat bewertet momentan zurzeit. Wasserstoff-Aktien wie gesagt extrem hoch bewertet teilweise. Das klassische Beispiel dafür ist Ballard Power Systems. Ballard Power Systems ist ein Brennstoffzellen-Entwickler aus Kanada, ein Pionier in dem Bereich, die gibt es schon seit 40 Jahren und mit Sicherheit auch einer der Technologieführer in dem Bereich. Hier haben wir die Aktie in US-Dollar die letzten fünf Jahre. Die ist also wieder stark angesprungen. Das war aber nicht das erste Mal. Also das war schon öfter so, dass die Anleger gedacht haben, jetzt könnte bei Ballard Power Systems der große Durchbruch kommen. Und danach ist sie aber leider jeweils wieder in sich zusammengefallen. Und jetzt haben wir hier gerade den neuesten Anlauf. Der Börsenwert liegt jetzt bei knapp 2,5 Milliarden Dollar. Das heißt, das ist schon das 25-fache vom Umsatz. Ein enorm hoher Wert. Und Ballard Power Systems ist auch hoch defizitär. Und das ist auch schon lange so. Also es gab wohl irgendwann mal 2015 einen Quartalsgewinn, aber ansonsten immer Verluste. Und dadurch haben wir eben auch durchgehend Kapitalerhöhungen gehabt, die das Unternehmen gebraucht hat und eine entsprechende Verwässerung der Aktionäre. Also man sieht schon von der Kursentwicklung her eine sehr spannende Aktie, aber eben auch eine relativ riskante Aktie. Das Wichtigste, was bei Ballard Power Systems passiert ist die letzten zwei Jahre. Und zwar mit Abstand das Wichtigste. Das war ein neues China-Venture. Aus diesem Venture sind in den ersten neun Monaten auch die meisten Umsätze gekommen. Und viele, die über Ballard Power Systems so berichten, die sagen dann immer irgendwie, ja, es gibt da eben dieses spannende Venture mit irgendwelchen Chinesen. Aber es sind selbstverständlich nicht irgendwelche Chinesen, sondern es ist ein Gemeinschaftsunternehmen mit Weijai Power. Und diesen chinesischen Partner, Weijai Power, den schauen wir uns heute mal ein bisschen an. Weijai, also nicht Weichei, so wie es bei uns geschrieben wird. Das sind nämlich auch keine Weicheier, sondern das sind harte Gerle mit einem handfesten Geschäftsmodell. Das Kerngeschäft sind große Dieselmotoren. Den Gag mit dem Weichei konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, wie Sie gesehen haben. Also, Weijai baut große Dieselmotoren für Lastwagen, für Busse, für Baumaschinen und dazu dann auch entsprechend Getriebe und Achsen. Das ist das eigentliche Geschäft. Dann haben wir weitere Sparten, die relativ neu sind. Gabelstapler, Logistiksysteme und hydraulische Antriebssysteme auch. Weijai ist der größte Aktionär bei der Kion Group und dadurch kontrolliert Weijai auch Linde Hydraulics. Und gerade der Bereich läuft momentan sehr gut. Und dadurch ist Weijai auch zu einem Konzern aufgestiegen, der sich international eine Präsenz geschaffen hat und einen Namen gemacht hat. 40% vom Umsatz werden noch in China erzielt, 60% werden schon im Ausland erzielt. Gut, das ist also das Brot und Butter Geschäft. Weijai hat im ersten Halbjahr einen Umsatz erzielt von umgerechnet 11,8 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 690 Millionen Euro. Der Umsatz ist um 11% gestiegen und der Gewinn ist um 20% gestiegen. Und das in einer Zeit, die wirtschaftlich nicht ganz so einfach war. Also ja auch in China wegen dem Handelskonflikt und so weiter. Was jetzt Wasserstoff betrifft. Wenn Sie bei Weijai in die Firmenpräsentation schauen oder so. Sie würden nicht unbedingt drauf kommen, dass Weijai da auch Ambitionen hat entsprechend. Das hängen die auch noch nicht an die große Glocke. Man erfährt schon Verschiedenes in die Richtung. Also dass da auch an großen Elektromotoren gearbeitet wird. Dass auch Gasmotoren entwickelt werden. Also Einspritzer, gasbetriebene Einspritzmotoren. Aber über dieses Brennstoffzellenthema, da hört man nicht so viel. Es gibt aber einen Industriepark. Das ist ein Innovationszentrum von Weijai für neue Energien. Und da arbeiten inzwischen über 1000 Ingenieure. Und es gibt eben auch neue Beteiligungen und Ventures. Unter anderem das genannte mit Ballard Power Systems. Und diese Ventures, die sagen auch einiges aus über die Pläne. Wie sieht dieses Venture aus? Weijai hat 2018 Geld reingepumpt bei Ballard. 184 Millionen Dollar. Und dafür haben sie 20 Prozent der Aktien bekommen. Und sind damit eigentlich auch relativ günstig eingestiegen, wenn wir uns die Kursentwicklung seitdem anschauen. Außerdem ist dieses Venture eben beschlossen worden. In diesem Venture wird die nächste Brennstoffzellen-Generation von Ballard Power entwickelt. Das heißt, Ballard Power bringt seine Technologie in dieses Venture ein. Und Weijai hält an dem Venture aber 51 Prozent der Anteile. Und da haben manche Leute gesagt, gut, damit ist die Technologie jetzt sowieso weg. Ballard Power kann man vergessen. Das werden die bösen, bösen Chinesen ganz bestimmt alles klauen. Ich halte das in dem Fall für abwegig, weil, wie gesagt, Weijai ist ja nicht irgendeine Bude. Weijai ist ein international anerkannter und integrierter Technologiekonzern. Aber die Technologie geht auf jeden Fall in dieses Venture. Weijai kontrolliert auch dieses Venture. Und Weijai hat eben auch die kompletten Vermarktungsrechte innerhalb Chinas. Ballard Power hat dann die Vermarktungsrechte für alle Märkte außerhalb Chinas. Ballard Power hat für die Einbringung dieser Technologie auch erstmal 90 Millionen Dollar bekommen. Die hat es allerdings aus dem Venture bekommen. Und das Venture hat Ballard Power ja erstmal mitfinanzieren müssen vorher. Also die haben für ihren 49-prozentigen Anteil jetzt auch erstmal 77 Millionen Dollar einschießen müssen. 90 Millionen Dollar sind dann zurückgekommen. Also ist unterm Strich für den Technologietransfer erstmal nur eine Summe von 12 Millionen Dollar rausgekommen. So billig hat Ballard die Technologie verkauft bzw. man kann auch sagen, so viel war Ballard dieses China Venture wert, dass sie das alles so günstig eingebracht haben. Jetzt kann man sagen, Weijai hat ja auch 184 Millionen Dollar direkt investiert. Das stimmt, aber dafür haben sie ja auch 20 Prozent der Anteile bekommen. Also das muss man eigentlich separat betrachten, das müsste man da rausrechnen. Und fast den gleichen Deal, den hat Weijai übrigens auch mit einem anderen Brennstoffzellenhersteller gemacht und zwar mit Cirrus Power aus Großbritannien. Das ist jetzt hier der Aktienkurs von Cirrus Power. Wir sind natürlich auch durch die Decke gegangen in den letzten Monaten. Da ist der Börsenwert jetzt bei über 600 Millionen Pfund. Der letzte Jahresumsatz war im Vergleich dazu nur 16 Millionen Pfund. Und einen Vorsteuerverlust haben wir auch noch gehabt von 7 Millionen Pfund. Cirrus ist auch ganz interessant. Cirrus entwickelt Hochtemperatur-Brennstoffzellen. Arbeitet da auch mit Bosch zusammen zum Beispiel. Bosch ist auch investiert. Und Weijai hat von Cirrus 20 Prozent der Anteile gekauft. Und es ist auch hier ein China Venture gegründet worden. Mit Technologietransfer und mit dem Ziel, diese Brennstoffzellen von Cirrus eben auch in China zu vermarkten. Und damit ist Weijai jetzt Großaktionär bei zwei der führenden Brennstoffzellenentwickler. Und Weijai kann diese Brennstoffzellen exklusiv in China vermarkten. Damit ist Weijai jetzt natürlich noch kein Wasserstoffunternehmen. Aber es ist ein Unternehmen, das auf jeden Fall doch offenbar große Ambitionen hat in dem Bereich. Und zusätzlich hat es aber auch von der Finanzkraft her und von der Marktposition her die Möglichkeit, das auch erfolgreich umzusetzen. Hier ist der Chart von Weijai Power. Die Aktie ist eigentlich in einem relativ soliden Aufwärtstrend seit ein paar Jahren. Hat sie in letzter Zeit auch deutlich besser entwickelt als als vergleichbare Aktien aus dem Sektor. Also wenn man sie jetzt zum Beispiel vergleichen würde mit chinesischen Autowerten. Und dann haben wir ja auch, wie gesagt, im ersten Halbjahr letztes Jahr auch noch steigende Umsätze und steigende Gewinne gehabt. Die Bewertung ist moderat. Wir haben hier ein KGV von ungefähr 11, ein bisschen mehr als 11. Das Kursbuchwertverhältnis liegt bei 1,6. Börsenwert knapp 14 Milliarden Dollar. Und die prognostizierte Dividendenrendite, die ist bei 3,6 Prozent. Also alles, würde ich sagen, relativ solide und ganz attraktiv. Ich will sie da nicht reintreiben in die Aktie. Aber wenn sie Fan sind von Wasserstoff-Aktien und wenn sie glauben, die Wasserstoff-Technologie setzt sich am Ende durch, dann ist es vielleicht schon eine Überlegung wert, dass man jetzt nicht nur diese reinen spekulativen Brennstoffzellen-Aktien im Depot hat, sondern vielleicht auch ein paar Aktien von Vajai Power. Wenn die Brennstoffzelle kommen sollte, dann haben sie hier einen Wert, der davon sehr wahrscheinlich auch profitieren wird. Und wenn sie aber nicht kommt, wenn das alles nur Wunschdenken bleibt, dann haben sie immer noch einen soliden und profitablen Dieselmotoren-Bauer. So würde ich das sehen. Und diesen Dieselmotoren-Bauer, den kriegen sie auch zu einer fairen Bewertung. Ohne einen riesigen Aufschlag wegen dieser Wasserstoff-Fantasie, weil die ist da noch nicht drin. Was sind die Risiken? Ganz klar, es ist klassisch-zyklisches Geschäft, das Vajai verfolgt. Das hängt von Wiederbeschaffungszyklen ab im Lkw-Bereich, Baukonjunktur, auch öffentliche Finanzen in China und so weiter. Der Coronavirus wird eine Rolle spielen. Der wird das Geschäft beeinträchtigen in nächster Zeit. Darum ist die Aktie auch um 15% gefallen seit Anfang vom Jahr. Aber ich glaube mittelfristig ist es ein ganz interessanter und ein ganz solider Wert. Wenn Sie jetzt doch auch mehr über Ballard Power Systems noch erfahren wollen. Es gibt zu der Aktie ein sehr interessantes, detailliertes Video von meinem Kollegen Armin Bach. Und da werden noch mehr Hintergründe beleuchtet und Armin Bach gibt auch eine Einschätzung ab zu der Aktie. Und ansonsten dieser ganze Themenkomplex, also neue Antriebe, Elektroautos, selbstfahrende Autos und so weiter. Die Autobranche an sich auch speziell mit einem Blick auf China und auf Asien. Das sind alles Themen, die ich hier auch auf dem Zukunfts-Märkte-Kanal schon reichlich behandelt habe. Dazu gibt es also einige Beiträge und da wird auch in Zukunft mit Sicherheit noch einiges kommen. Also schauen Sie sich um hier auf dem Kanal. Abonnieren Sie meinen Kanal auch gerne, damit Sie nichts verpassen. Und am besten, wenn Sie ihn abonnieren, dann auch immer gleich die Glocke drücken. Das ist die Benachrichtigung, wenn dann neue Beiträge jeweils da sind, was ja sehr praktisch ist. Und außerdem nicht vergessen, wie gesagt, morgen kommt ja auch noch der Zukunfts-Märkte-Report raus mit den China-Aktien. Also auch da noch eintragen, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Und jetzt haben Sie ganz viele Tipps und Angebote auf einmal bekommen. Ich bin selber ganz begeistert. Ich kann nur sagen, nutzen Sie das alles, nehmen Sie mit, was auch nur geht. Und dann würde ich sagen, bis bald und Dankeschön fürs Zuschauen.